I just need to clear my head I just need to clear my head Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir bauen natürlich auch von den kleinen Billigheimern von Alba Feuerwerk. Alba Feuerwerk ist auch wie Argento eine Co-Firma von Funke. Deswegen sage ich auch zu denen einfach Funke oder halt Argento. Alba ist jetzt hier diese kleinen. Wir haben natürlich drei Sorten bestellt. Jeweils drei Stück. Die stehen hier noch im Hintergrund. Und wir bauen Dreierfächer daraus. Sprich, ich stelle euch diese Batterien nicht einzeln vor. Ich schieße euch gleich ein Dreierfächer. Ich denke mal, das ist ein bisschen ansehnlicher bei 7 Schuss. Und wir haben bei der Batterie von der Ahsoka 7 Schuss, 25 Meter Effekthöhe, ist in F2 zugelassen natürlich und hat eine NIM von 56 Gramm auf 7 Schuss. Ja, da würde ich mal sagen, genug gelabert. Ich baue einen kleinen Fächer und dann sehen wir uns draußen zur Zündung des Dreierfächers. Und wenn ihr die anderen Fächer auch noch sehen möchtet, lasst doch gerne mal ein Abo da. Abo kostet nichts und tut nicht weh. Und von daher, bis gleich draußen zur Zündung. Wenn es dich jetzt zu stört, dass ich hier die Ahsoka zünde, dreimal. So, jetzt kommt hier noch die Ahsoka. Ich werde mal ein bisschen weiter hinten. Das ist der scharfe Weg. Geht's dir gut? Ich habe nur einmal ein bisschen Gips ins Gesicht bekommen. Okay, also ein Schuss ist auf jeden Fall, ich denke mal im Rohr explodiert, weil die ist komplett runtergerissen. Also Freunde, immer sichern und genug Abstand. Also trotzdem, schöner Verbund und ein paar Raketen. Ja, das war's mit dem Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Da ist wieder.